Los geht's Freunde und machen wir damit was Neuem am Start. Bei unserer letzten Bestellung hat uns die Verkäuferin diese Fußballsticker mitgeschickt. Wir fanden es auf jeden Fall ganz nett und wollen diese jetzt mit euch gemeinsam auspacken. Ihr könnt ihr gerne mit drauf schauen und gucken, ob eure Lieblingsfußballer auch dabei sind. Wir sehen auch gleich, dass hier nicht nur Fußballstars drin sind. Und wenn wir schon mal bei Lieblingsfußballer sind, dann kannst du mir gerne schon mal in die Kommentare schreiben, wer dein Lieblingsfußballer ist. Ein Pack packen wir noch gemeinsam aus und sehen direkt ein Teamfoto. Und was sagt ihr Freunde, sollen wir die restlichen Packs noch gemeinsam auspacken? Und falls ihr uns irgendwie in den Shorts findet, dann lasst uns doch ein Abo da.